Und auch bei uns gibt es verschiedene Herausforderungen im Tagesgeschäft. Wo legen wir den Fokus bei den vielen Themen, die zu bearbeiten sind? In der Vergangenheit wurden Projekte nicht immer konsequent zu Ende geführt. Wie gehen wir mit den Veränderungen allgemein um? Wie nutzen wir beispielsweise auch neue Technologien, die uns bei der Erreichung unserer strategischen Ziele unterstützen? Frau Thahn und Herr Weichert, Sie arbeiten im In-House-Consulting der Bravo Group. Warum gibt es diese interne Unternehmensberatung? Um diese Frage zu beantworten, werfen wir mal einen Blick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen. Über die Jahre hat die Komplexität unseres Geschäfts aus mehreren Gründen zugenommen. Veränderte Kundenbedürfnisse, eine Zunahme der Regulatorik durch die Bankenaufsicht oder auch höhere Anforderungen im Zuge der Digitalisierung, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Wenn wir den Blick nach innen richten, so ist unsere Unternehmensgruppe, die Bravo Group, in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Und auch bei uns gibt es verschiedene Herausforderungen im Tagesgeschäft. Wo legen wir den Fokus bei den vielen Themen, die zu bearbeiten sind? In der Vergangenheit wurden Projekte nicht immer konsequent zu Ende geführt. Wie gehen wir mit den Veränderungen allgemein um? Wie nutzen wir beispielsweise auch neue Technologien, die uns bei der Erreichung unserer strategischen Ziele unterstützen? In der Konsequenz hat unser Vorstand im Jahr 2018 entschieden, dass wir ein Inhouse-Consulting benötigen, um genau den gerade genannten Anforderungen und Herausforderungen zu begegnen. Eine wesentliche Aufgabe ist, dass wir unser Projektportfolio steuern und in diesem Zusammenhang priorisieren. Mit einem aus unserer Strategie abgeleiteten Kriterienkatalog bewerten wir die unterschiedlichen Projekte und setzen damit unseren Fokus. Ein hoch priorisiertes Projekt der letzten Jahre war beispielsweise Bravo Mein Konto. Zusätzlich beschäftigen wir uns mit Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, um den veränderten Kundenbedürfnissen und internen Anforderungen gerecht zu werden. Somit arbeiten wir immer, wie wir sagen, am System, um dieses stetig zu verbessern. Damit gehen selbstverständlich diverse Veränderungen einher, die in ihrer Dynamik kontinuierlich zunehmen. Daher ist es uns ganz wichtig, auch immer den Menschen in den Mittelpunkt der Veränderungen zu stellen. Unterstützend führen wir auch Coachings und Workshops durch, um Lösungen anzubieten, beispielsweise mit Veränderungen besser umgehen zu können. Wie tragen Sie zum Erfolg der Bravo Group bei? Seit unserer Gründung entwickeln wir uns Abteilungen immer weiter und sehen unsere Rolle in der Bank und in Projekten vor allem als diejenigen, die einen großen Überblick haben und die Vernetzung der Mitarbeitenden herstellen. Unser Haus hat mittlerweile eine Größe erreicht, wo es gar nicht mehr so leicht ist, zu wissen, was jeder gerade so macht. Und bei der Vernetzung geht es eben nicht nur darum, redundante Tätigkeiten aufzudecken, sondern auch fachliche Experten zusammenzuführen und Silodenken zu vermeiden. Aus meiner Sicht ist gerade unsere Ausrichtung auf Projektmanagement angereichert mit Coachingwissen unser Beitrag zum Erfolg, denn es geht eben nicht nur um sachliche Inhalte, sondern immer auch darum, die Menschen mitzunehmen. Wo sehen Sie das Inhouse-Consulting in drei Jahren? Derzeit haben wir mit unseren Tätigkeiten noch einen starken Fokus auf die Bank. Die bereits genannten Herausforderungen sind überwiegend sehr branchenunabhängig und sind somit auch in den anderen Unternehmen der Bravo Group relevant. Daher werden wir unser Engagement in drei Jahren noch stärker auf die gesamte Gruppe ausgeweitet haben. Wir im Inhouse-Consulting beschäftigen uns auch in der Zukunft mit neuen Methoden und Arbeitsformen und testen diese in unserer Abteilung. Außerdem werden wir in drei Jahren beispielsweise auch die Zusammenarbeit in cross-funktionalen Teams weiter ausgebaut haben. möchten wir in Projekten mit Kundenbezug einfach in noch viel engeren Austausch zu unseren Endanwendern stehen und möglichst direkt Feedback zu neuen Prozessen oder Ideen bekommen.